. Gut, hast du es leer gelassen. Das ist gut, okay. Da wollen wir hin, ne? Ja. Ich? Ja. Nächster? Tiefer oder höher? Tiefer. Hallo, mein Name ist Helen Liehey. Ich bin ein Musiker, ich bin 31 Jahre alt, und heute werde ich versuchen, einen Weltrekord zu breiten für den höchste Vocal-Node von einer Frau. Mein Applikationsreferenznummer ist 171 22 81 24 753 WDFS 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 Yes! Halsch! Ja! Haben drauf! Okay, habt ihr jetzt alle gehört? Ja. Einmal nicht hören. Vielleicht kommt sie noch kurz. Ich gucke die Hälfte. Ich gucke die Hälfte. Ich gucke die Hälfte. Wie Sie sehen hier, wir singen. Und der spectrograph ist die Achtung. Es beginnt von hier und endt ihr erst hier. Du beginnst diese zweite. Und endiere hier. Die die dritte. Start hier. Endiere hier und endiere diese an 72.5 Hz. Der Y-Axis zeigt den Hertz, 72.5 Hertz, oder die Musiker Note D2. Der C-Axis zeigt den Dezibel, als du singt die Oktave nach unten. Was ist die Frequenzie? 72.5 72.5, danke sehr, sehr gut. Gut, gut, gut. Das war's. Tolles Objektiv, was ist denn das? Reicht, wir brauchen jetzt zwei Fotos noch rein. Jetzt habt ihr noch zwei. Jetzt habt ihr genug, auf alle Fälle. Mein Gott. Test. Demonstrate die in Ordnung podcasts zuroyable. Vielen Dank.